Musik Aber er tankt sich da irgendwie durch und dann nimmt der Ball in die Mitte, Renato Sanchez und da ist das 1 zu 0. Siebte Minute, die Bayern gehen standesgemäß in Führung. Musik Keine Chance, Biogra Funda im Tor von Rotter Regan. Vorarbeit durch Lewandowski und dann Renato Sanchez mit Auge schiebt den Ball links unten rein. Da muss man besser sehen, der Ball nicht im Haus. Steckt durch diesmal auf Lewandowski in die Mitte und da ist gleich das 2 zu 0, nur eine Minute später. Raja Kuh, gerade haben wir von ihm geredet, ein so torgefährlicher junger Mann, wie die Bayern sich da vor der Saison gesichert haben. Und hier hat er den richtigen Riecher, den tollen Laufweg in die Mitte reingezogen. Robert Lewandowski, Robert Lewandowski und er macht das mit Auge. Das 3 zu 0. Und Robert Lewandowski hat da noch zweimal den Kopf hochgenommen und geschaut. So ist es so, kurz abgelegt auf Lewandowski. Er guckt hier einmal, dann guckt er nochmal und dann mit Auge ins lange Eck. Auf der Linie noch Adrian Werner, aber der hat keine Chance. Der schreibt sichtlich auf den Fuß gestiegen. Schön durchgesteckt, Robert Lewandowski und den Luptereien mit links in der 16. Minute zum 4 zu 0. Da schaut er, da sieht er, dass der Tochter vor seinem Gehäuse steht und dann mit links Thiago. So, jetzt tasten sie sich immer näher ran, Renato Sanchez. Und durch die Beine in der 20. Minute das 5 zu 0. Wollten sie es vielleicht noch ausspielen, aber da war keiner mehr. Da muss Renato Sanchez dann auch schießen und dann das 5 zu 0 zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal Renato Sanchez. Lewandowski geht da durch, wird nicht angegriffen. Lewandowski, das Tor leer und da schiebt er ein in der 29. Minute. Das halbe Dutzend ist voll. 6 zu 0, das dritte Tor in Halbzeit 1 von Robert. Und jetzt Lewandowski, keiner kann ihn da halten, zieht vorbei. Und dann verliert er auch noch die Torhüter. Thiago, schlenzt er den, aber der war noch abgefälscht, glaube ich. Das müsste er den dritten Eckball der Partie geben. Zentimeter geht der vorbei. Am eigenen 16er steckt durch auf Serge Gnabry. Und Gnabry, der wohl unbedingt noch seinen Treffer machen. 7 zu 0 für die Bayern. In der 34. Spielminute. Diplom-Ingenieur. Gebürtige Franke. Kann hier das 8 zu 0 nicht verhindern. Und Gnabry, der Tolisso. 8 zu 30. Spielminute, meine Damen und Herren. Ein weiteres Tor in den FC Bayern München ist gefallen. Torhüter war die Nummer 24. Torhüter Tolisso, der Wettmeister Frankreich. Neuer Spielstand, FC Latter-Hingern, FC Bayern München. Torhüter Tolisso und der schon wieder 40. Minute. Also das 8 und das 9 zu 0 von Tolisso. Wieder eingeleitet durch Levandor. Macht er den Head-Trick. Und da ist er. Eine Minute später der Head-Trick von Coco Tolisso zum 0 zu 10. 5 Minuten, meine Damen und Herren. Jetzt wird es zweistellig ein Lumpenreiner-Hendtrick. Abermals Tolisso zu Korrektar. Ohne Tolisso. Neuer Spielstand, Rott nach Hingern. Bayern München 0 zu 10. Verlassen bei einigen der... ...Gegen 4 im Strafraum. Und... ...und dann das 4. Tor in Folge im Minuten. Eintakt und wieder ist es Correnta Tolisso mit dem 11 zu 0. Alexander Neuenberger wird geschickt zum rechten Flügel. Kopfballmöglichkeit. Und da ist Thomas Müller. Und er macht das dutzend voll. Und natürlich noch ein bisschen Spielpraxis. Ab. Dreht sich da einmal. Und dann Graf Wunder. Und dann ist es im Nachschuss. Occi Reed. 55. Minute. Quasi Occi Reed oder wie wir ihn alle nur nennen, Occi. Abseitsposition von Neuenberger. Kommen wir zurück von Leon Guretzka. Und Singh. Nochmal Singh. Und jetzt macht er den Treffer. In der 59. Minute. Da sehen wir Hansi Flick. Das sind so diese Allrounder-Typen. Auch in Leon Guretzka, der ja eigentlich fast jede Position bekleiden kann. Hier sind alle solche Spieler mal kennenlernt. Thomas Müller, den kennt man. Und der macht das 15 zu 0. In der 61. Minute. Das war natürlich optimistisch gespielt von Fethi Sozoklu mit der Nummer 10. Guretzka. Oh, der war traumhaft geschossen. Ins lange Eck geschlenzt. Von Leon Guretzka. Hätten sich wahrscheinlich auch die meisten Bundesliga-Zorhüter schwer getan. Der hat ja gena... Von Leon Guretzka. Von Leon Guretzka. Ja, da. Hätten sich wahrscheinlich auch die meisten Bundesliga-Zorhüter schwer getan. Der hat ja gena... Der erste Bayern-Spieler. Und lasst die Galopp in der Abendsonne am Tegernsee. Jetzt zaubern sie nochmal da. Zing. Ja, der hat auch einen guten Distanzschuss. Guretzka und der sitzt. Schönes Ding da. Leon Guretzka. Das war eine Bewegung. Den Ball angenommen. Das war eine Bewegung. Mit rechts angenommen. Kurz geschaut, wo steht der Torhüter. Hier. Schaut und dann... Es ist vielleicht noch ein bisschen früher ein Resümee zu ziehen, aber... Thomas Müller möchte nochmal treffen. Legt er ab. Und dann kullert der Ball rein. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wem das Tor gegeben wird hier. Zum 18 zu 0. Gehen wir das Occi Reed.